Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genre-Mix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Frillern und Krimis liegt und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Aus den Akten des Wiener Sicherheitsbüros. Der Mord im Opernhaus. Nachgezeichnet von Karl Bogner. Dienstag, 12. März 1963. In der Wiener Staatsoper steht für den Abend Richard Wagners Musikdrama Die Wahlküre auf dem Programm. Beginn 18 Uhr. Jetzt, zwei Stunden vor der Vorstellung, ist es im sogenannten Damentrakt des Opernhauses vollkommen ruhig. Das Personal der Wäscheverwahrung, die sich im zweiten Stockwerk neben dem Damenduschraum befindet, hat um 16 Uhr den Dienst beendet und das Haus verlassen. Auch im dritten Stock ist es still. Ballett und Chor werden in der Walküre nicht gebraucht, ihre Garderobenräume bleiben heute deshalb unbenutzt. Lediglich zwei diensthabende Friseusen finden sich kurz vor 17 Uhr dort ein, um sich umzuziehen. Trau, ja? Trau, gehst du noch mal weg? Nein, ich will nur schnell da duschen ETV. Kann man sich reinfressieren gehen? Beheilig aber geschwind. Du, es ist schon fast fünfe. Ja, ich brauche die ganze Kümmerung. Die Gäste, die ganze Kümmerung. Ahhhh! Es ist Maria, Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Hilfe! Maria, Hilfe! Was hast denn? Oh Gott, es ist ja so furchtbar. Im Duschraum, im Duschraum! Ja, was ist denn im Duschraum? Auf die Fliesen, in einer Blutlaken. Ein Kind, ein Meter, Grauen, voll zugericht. Doch mit dem Tag tot! Ich weiß nicht, die Tür aufgemacht. Ich seh das Blut, das Kind. Da bin ich Kopfüberwecker. Das ist ja furchtbar. Das muss man ja melden. Aber ich wem denn? Die Hausfrau werden mich da zuständig sein. Bleib du da, ich renn geschwind. Ja, nicht da! Pünktlich um 18 Uhr beginnt die Vorstellung von Wagners Wahlküre. Doch keiner der 2000 Zuschauer ahnt, welch grauenvolle Untat eine Stunde zuvor im Duschraum des Damentraktes verübt worden war. 18 Uhr und zwei Minuten. In der Staatsoper treffen sämtliche Beamte und Spezialisten der Mordkommission ein. An ihrer Spitze Hofrat Dr. Franz Heger, der Vorstand des Wiener Sicherheitsbüros. Während die Vorstellung ungestört weitergeht, laufen weit ab von der Bühne die Ermittlungen der Mordkommission an. Mittwoch, 13. März 1963. Schlagzeile der Wiener Zeitungen. Mord in der Oper. Zwölfjährige von Wüstling erstochen. Eine grauenhafte Tat hält seit gestern Abend die Wiener Sicherheitsbehörden und die Öffentlichkeit in Atem. In der Staatsoper am Ring ist gestern Nachmittag um 17 Uhr ein zwölfjähriges Mädchen ermordet worden. Es handelt sich dabei um ein Mitglied der Opernballetschule, die Gymnasiastin Dagmar Furich. Schon die erste Untersuchung am Tatort führte zu der eindeutigen Feststellung, dass das Kind einem Lustmörder in die Hände gefallen ist, der es mit Messerstichen geradezu zerfleischt hat. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur. Einen Tag nach der Entdeckung des Verbrechens findet im Sicherheitsbüro eine erste Lagebesprechung der Mordkommission statt. So meine Herren, gehen wir einmal bitte die bisherigen Ermittlungsergebnisse der Reihe noch durch. Herr Kollege, Sie haben den Weg der Dagmar Furich von der elterlichen Wohnung zum Opernhaus und dann bis zum Tatort rekonstruiert. Wie schaut das im Einzelnen aus? Na bitte, laut Angabe des Vaters hat das Mädchen genau um 16.15 Uhr die Wohnung verlassen. Wollte Sie in die Staatsoper, um in die Balletstunde zu gehen? Richtig. Aha. Sie ist mit der Autobuslinie 6 bis zur Haltestelle Kärntnerstraßen gefahren und das geht aus der Markierung des Fahrscheins hervor, den wir im Handtaschen des Mädchens gefunden haben. Beiläufig um 16.35 Uhr dürfte sie dann das Bühnenhaus betreten haben und zwar durch den Bühneneingang Kärntnerstraßen. Hier der Herr Kollege und ich sind heute in der Früh die Strecke vom Bühneneingang quer durch das Parterre und über die Stiegen nach zum zweiten Stock, wo sich der bewusste Duschraum befindet, mehrmals abgegangen, nicht wahr, Herr Kollege? Ja, selbstverständlich haben wir darauf bedacht genommen, wie schnell so ein zwölfjähriges Kind diesen Druck legen kann. Wir sind dabei auf einen Mittelwert von circa drei Minuten gekommen. Heißt das zum zweiten Stock oder bis zum Duschraum? Nein, nein, nur bis zum Treppenabsatz von der zweiten Etage. Weil dort, wie es bis jetzt ausschaut, die Dagmar Fuhrig, die zwar zur Paletsch im vierten Stock wollen hat, mit größter Wahrscheinlichkeit jemandem, wahrscheinlich dem Täter, begegnet sein dürfte. Und mit dem sie dann aus bisher nicht bekannten Gründen zum Duschraum gegangen sein dürfte. Also wenn unser Test stimmt, müsste diese Begegnung um 16.38 Uhr stattgefunden haben. Naja, das lässt sich sogar ziemlich genau mit dem Obduktionsbefund decken. Dort wird nicht mehr der Eintritt des Todes mit 16.45 Uhr fixiert. Um 17.00 Uhr ist ja dann die Tat bereits durch eine Friseuse entdeckt worden. Aber dann scheint in der Oper nur noch Konfusion geherrscht zu sein. Die Friseuse rennt zu ihrer Kollegin, die glaubt den Löschmeister der Hausfeuerwehr für zuständig. Der zwar den einzig richtigen Gedanken hat, nämlich den diensthabenden Polizeikommission zu beständigen, weil der aber gerade auf seinem Kontrollgang durchs Haus ist, kann ihn angeblich nicht erreichen. Das ist ein Blödsinn. Schließlich gibt es in der Stadt so ein paar Sprechanlagen. Von der der Herr Lischmeister aber anscheinend noch nie was gehört hat. Also geht er auf der Suche nach jemandem zuständigen zum Betriebsbüro. Dort probiert man telefonisch das Wachzimmer in der Goethe-Straße zu erreichen. Weil es aber nicht funktioniert, bemüht sich endlich wer zu Fuß in die Goethe-Straße. Das ist ja zum Lachen. Nein, das ist eher zum Weinen. Sage und schreibe, um Viertel vor sechs haben wir endlich die Meldung glücklich im Sicherheitsberater. Und der Täter ein Dreiviertelstand vorsprang. Genau. Anscheinend ist einer ganzen Oper niemand auf den Einfall kommen, dass so etwas wie einen Polizeinotruf gibt. Aber Gänz, was heißt Polizeinotruf? Wer denkt dann an Polizeinotruf, wenn er nicht selber unmittelbar in Gefahr ist? Leider. So, gehen wir also zum nächsten Punkt. Die Räumlichkeiten der Kinderpalettschule liegen im vierten Stock des sogenannten Damen-Trakts. Es muss also jetzt vor allem geklärt werden, weshalb, wieso und warum ist die kleine Dagmar in den Duschraum in den zweiten Stock gekommen? Na, aussage der Leiterin der Palettschule hat sich ja dort überhaupt nichts zu suchen. Bitte, Herr Polizeirat. Die Palettenmeisterin hat mir übrigens die Dagmar Furich als ein äußerst wohlerzogenes Mädchen geschildert. Sehr ein scheues Wesen und besonders Fremden gegenüber von größter Zurückhaltung. Ja. Die Ballettmeisterin ist deshalb der Überzeugung, dass es sich bei dem Täter eigentlich nur um jemand vom Haus handeln kann. Ach. Das Kind müsste den Betreffenden wahrscheinlich gekannt haben. Ähm, sie hält es für ausgeschlossen, dass die Dagmar einem Fremden zum Duschraum gefolgt wäre. Na gut, na gut. Aber das Kind könnte doch auch von einem Mann, der ihm unbekannt war, mit Gewalt in den Duschraum hineingezeit worden sein. Moment, Herr Kollege, Moment. Mit Gewalt? Aber dagegen spricht doch die Tatsache, dass das Kind im Duschraum seinen Mantel ordentlich auf den Haken gehängt hat, das Handtascherl fein säuberlich auf die Bank gestellt hat. Na schön, gehen wir zunächst einmal von der Annahme aus, dass es sich bei dem Täter tatsächlich um eine Person handelt, die der Staatsoperan gehört und dem Mädchen bekannt war. Also ich kann mir nicht helfen. Schon allein der umständliche Fluchtweg des Täters, den uns ja durch Blutspuren so deutlich markiert hat, also allein dieser merkwürdige Fluchtweg lässt doch viel eher auf eine hausfremde Person schließen. Wieso denn, Herr Kollege? Na, ich bitte Sie. Einer, der sich im Opernhaus auskennt, der geht doch, wenn er vom zweiten Stock die Stienen runterkommt, gleich beim Portier in der Operngassen hinaus. Der macht doch nicht erst den Umweg durchs ganze Parterre, damit er dann endlich auf der trüberen Seite beim Bühnenausgang Kärntnerstraßen ins Freie geht. Aber, Herr Kollege, grad der Fluchtweg spricht doch dafür, dass es sich um keinen hausfremden handeln kann. Da möchte ich aber neugierig sein. Na, schauen Sie bitte. Wenn der Täter versucht hätte, durch den natürlich nähergelegenen Ausgang Operngassen ins Freie zu kommen, dann wäre doch mit größter Wahrscheinlichkeit dort dem Portier aufgefallen. Warum denn grad dort? Na, weil sie in der Walkiere doch kein Palett oder sowas brauchen. Ergo ist gestern beim Bühnentier am Operngasse kaum jemand aus- und eingegangen. Na, ist ja richtig. Dagegen wird der Eingang in der Kärntnerstraßen, kurz vor der Vorstellung, von fast allen Orchestermusikern und dem technischen Personal benutzt. Das Risiko dort aufzufallen war also doch erheblich geringer. Über solche Möglichkeiten kann aber doch nur einer Bescheid wissen, der sich im Haus auskennt. Na, darum sage ich ja, der Täter muss irgendwie dem Personal der Staatsoper angehören. Na ja, auf alle Fälle wäre dann ja der Personenkreis, was für eine eventuelle Täterschaft in Frage kommt, immerhin schon einigermaßen eingelegt. Nein, 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 nein. Da möchte ich mir nicht so ganz sicher sein, Herr Kollege. Jedenfalls der Chef, der Herr Hofrat Heger, hält die Theorie, dass er sich bei dem Täter um einen Angehörigen der Staatsoper handeln könnte, ebenfalls für äußerst relevant. So. Ja. Er ordnet deshalb eine lückenlose Überprüfung des gesamten männlichen Personals der Staatsoper. Auf Deutsch, einfach alles durchkampeln, verobernst du bis zum letzten Cholisse. Servus. Ja, meine Herren, das sind immerhin fast 2000 Personen. Da aber der Herr Hofrat die zweite Theorie nicht ausschließt, nämlich, dass er sich bei dem Täter auch um eine hausfremde Person handeln könnte, sind noch folgende Recherchen notwendig. Überprüfung aller registrierten sexuell abwägigen Personen, also Sadistenschänder, Notsichter und ähnliche Triebtäter. Dann müssen wir die ihren Anstalten überprüfen, neu aufgenommen, in entlassene oder flüchtige Personen. Weiters haben wir noch die Strafanstalten zu überprüfen. Dann müssen wir noch die Mitschülerinnen und Dagmar Furich befragen, alle Mitglieder der Ballettschule. Weiters Erhebungen bei deren Eltern und Bekannten. Da aber auch die Öffentlichkeit durch Rundfunk und Presse zur Mitarbeiter aufgerufen worden ist, müssen wir selbstverständlich allen hinweisen, die aus der Bevölkerung kommen und nachgehen. Die größte Fahndungs- bzw. Befragungsaktion, die es in Wien je gegeben hat, war somit in Gang gebracht worden. 150 Kriminalbeamte sind zunächst mit der Aufklärung des Mordes an der Schülerin Dagmar Furich beschäftigt. Die Polizeidirektion setzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, die für Wiener Verhältnisse ungewöhnlich hohe Prämie von 20.000 Schilling aus. Doch vom Opernmörder, wie er jetzt allgemein genannt wird, fehlt noch immer jede Spur. Freitag, 15. März 1963. Im Sicherheitsbüro findet eine Pressekonferenz statt. Ja, meine Damen und Herren von Presse und Rundfunk. Was kann ich Ihnen also berichten? Im Sicherheitsbüro laufen die Telefone raus. Seit Tagen werden wir mit Hinweisen, mit Wahrnehmungen, die man gemacht hat oder glaubt gemacht zu haben, förmlich bombardiert. Selbstverständlich wird jedem auch den unscheinbarsten Hinweisen nachgegangen. Aber einen konkreten Hinweis auf die Person des Opernmörders gibt es leider noch. Bitte, Herr Redakteur. Bitte, bitte. Bitte, wie ist das eigentlich? Kann denn das Sicherheitsbüro, das bitte, wir wissen das ja alle, doch unter chronischem Personalmangel leiden, überhaupt so viel Kriminal werden wir aufbringen, um diese Mammutaufgabe an Einvernahmen, Ermittlungen überprüfen? Jetzt soll der schon in die Tausende gehen. Ja. Kann das Sicherheitsbüro das überhaupt bewälten? Ja. Sie streuen Salz in eine offene Wunde, Herr Redakteur. Und wenn wir mit unseren eigenen Leuten auskommen müssten, dann würden die Einvernahmen bis nach Pfingsten dauern. Aber wir haben jetzt von den 23 Wiener Polizeikommissariaten alle nur irgendwie verfügbaren Beamten abgezogen und es sind jetzt ungefähr 1.000 Beamte mit diesem Fall beschäftigt. Ich hätte eine Frage, bitte. Ja, bitte, Frau Doktor. Und zwar einem Andi zufolge soll sich die kleine Dagmar Furich noch vor kurzem bei ihren Eltern beklagt haben, dass sie im Ballettsaal von einem unbekannten jungen Mann belästigt worden sei. Ja. Ja, er habe sie umarmt, in die Höhe gehoben und ihr die Hand getätschelt. Wissen Sie etwas? Ja, natürlich. Dazu kann ich Ihnen etwas sagen. Der betreffende junge Mann konnte gestern ausgeforscht und zur Sache einvernommen werden. Es handelt sich um einen Mitglied der Staatsoper, einen Tänzer und er hat das Vorkommnis ohne weiteres zugegeben und erklärt, es hat sich lediglich um einen Spaß gehauen und wie er ihm beim Theater und zwischen Kollegen halt manchmal vorkommt. Im Übrigen konnte der Mann für den Tag, an dem der Mord verübt worden ist, ein einwandfreies Alive erbringen. An diesem Tag war er gar nicht in Wien. Mehrere glaubhafte Zeugen haben bestätigt, dass er am 12. März in Klagenfurt gastiert hat. Also man könnte immerhin von einem gewissen Teilerfolg der Kriminalpolizei sprechen. Wieso, Herr Kollege? Ich bitte Sie, wieso? Ich meine, da wird einer verdächtig, da kann aber sofort ausgeforscht und rehabilitiert werden. Also es ist doch schließlich zugegeben, wenn auch ein kleiner, aber doch ein Erfolg. Ja bitte. Also Herr Redakteur, wenn Sie es so nennen wollen, bin ich Ihnen sehr dankbar dafür. Aber dann darf ich darauf hinweisen, dass wir noch zwei weitere kleine Erfolge erzielt haben. Zwar nicht wir, sondern das Gerichtsmedizinische Institut. Und ich bitte darüber, den Herrn Kollegen von der Gerichtsmedizin zu berichten. Meine Damen und Herren, es handelt sich da zunächst um das Ergebnis der Obduktion. Wir konnten feststellen, dass Dagmar Furich, für die Angehörigen mag darin vielleicht ein kleiner Trost liegen, dass das Kind vor seinem Tode glücklicherweise keine große Qualen erdulden musste. Die Würgemale am Hals des Kindes beweisen, dass es bereits bewusstlos gewesen ist, als es der Täter mit dem Messer so bestialisch zugerichtet hat. Ferner ist es gelungen, anhand der Verletzungen, die das Mädchen erlitten hat, in etwa die Form der Tatwaffe zu rekonstruieren. Bitte meine Damen und Herren, ich darf Ihnen hier eine Zeitpunkt überreichen, auf der zu sehen ist, wie die Waffe beiläufig ausschauen dürfte. Vermutlich handelt es sich um einen Dolch oder um ein fixierbares Klappmesser, jedoch keinesfalls um eines der handelsüblichen Springmesser. Meine Damen und Herren, für uns wäre es sehr wichtig, dass diese Zeichnung in der Presse veröffentlicht wird. Die Frage dazu müsste lauten, wer weiß, in wessen Besitz sich ein solches Messer befindet. Herr Polizeirach, Sie haben vorhin erwähnt, dass zwischen Triebtätern und ihren Opfern in der Regel kein Konnex besteht. Demnach wäre es ja durchaus möglich, dass es sich bei dem Opernmörder auch um eine Person handeln könnte, die nicht der Staatsoper angehört. Ja, es ist jedenfalls nicht auszuschließen. Ein Fremder könnte dem Kind vielleicht nachgegangen sein und hat es dann im Duschraum überfallen. Aber ich bitte Sie, kommt denn überhaupt ein Außenstehender so ohne weiteres in das Operngebäude hin? Da berühren Sie einen Punkt, der leider geradezu grotesk handelt. An den Bühneneingängen der Staatsoper gibt es nämlich, wie sich jetzt herausgestellt hat, so gut wie keine Kontrolle. Auch die Basierscheinpflicht ist schon seit langer Zeit aufgegeben. Also das darf doch nicht warten. Wir haben Hausfeuerwehrleute sogar erzählt, dass sich schon oft Männer, die aber keineswegs zum Opernpersonal gehören, haben beobachten können, wie die probiert haben, Türspalten und Schlüssellöcher in die Garderobrahme der Ballettdame zu bringen. Die Feuerwehrleute, die haben sogar einen eigenen Spitzjahr für die Voyeurs. Sie nennen es Ballettobstau. Und so merkwürdiger finde ich es dann, dass ausgerechnet den Eltern der Ballettschülerinnen das Betreten des Opernhauses verboten ist. Ja, das ist richtig, Freundin. Aber den meisten Müttern und Vätern gelingt es trotzdem immer wieder beim Portier vorbeizuwischen. Sie tun ganz einfach so, als ob sie zum Haus gehören täten und mit einer freundlichen Mahlzeit sind sie auch schon drin. Ja, aber seit drei Tagen geht doch nichts mehr. Vorgestern habe ich mich mit diesem Dreck am Portier vorbeischummeln wollen. Aber schon hat es geheißen, halt, wohin? Wer sind Sie? Ausweis bitte. Diese Maßnahme kommt aber ein bisschen zu spät, möchte ich sagen. Aber Frau Kollege, für Wiener Verhältnisse... Ja, meine Damen und Herren, keine Fragen mehr. Nein, dann danke ich Ihnen. Moment! Abschließend darf ich dann vielleicht noch auf eine Erfahrungstatsache hinweisen. Trittäter belassen es selten bei einem Verbrechen. Wenn ein solcher nicht unmittelbar nach vollbrachter Tat ausgeforscht werden kann, hat die Polizei eigentlich nur die eine Chance, nämlich abzuwarten, bis der betreffende Täter, ich weiß, das klingt vielleicht jetzt etwas makaber, aber bis eben der Täter wieder aktiv wird. Bitte, dieses Fakt, den sollen Sie aber nicht publizieren. Sie wissen ja, unter Umständen könnte sowas in der Bevölkerung eine Panikstimmung hervorrufen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Freitag, 22. März 1963. Vom Dach der Wiener Staatsoper weht eine schwarze Fahne. Das unglückliche Ballettmädchen Dagmar Furich wird zu Grabe getragen. So viele Menschen hat der Grinzinger Friedhof noch nie auf einmal gefasst. Mehr als 10.000 Wiener waren trotz heftigen Schneetreibens gekommen, um der kleinen Dagmar Furich das letzte Geleit zu geben. An der Spitze von rund 300 Opernhausmitgliedern nahm auch Opernchef Herbert von Karajan am Begräbnis teil. Kammersängerin Gundula Janowitz sang das Ave Maria von Gounod. Eine der ergreifendsten Szenen, der Augenblick, als die mit Pfeilchen und einem Monen geschmückten Ballettschuhe Dagmas auf den Sarg gelegt würden. Unter den Trauergästen befanden sich auch 500 Kriminalbeamte und alle Zeugen, die den Mörder auf der Flucht angeblich beobachtet hatten. Vielleicht hatte man gehofft, dass es den Täter zum Grabe seines Opfers ziehen könnte. Diese Hoffnung erfüllt sich jedoch nicht. Die Spur des Opernmörders scheint im Sande zu verlaufen. Drei Monate nach dem Mord an Dagmar Furich wird die Wiener Bevölkerung durch mehrere kurz hintereinander auf Frauen verübte Überfälle beunruhigt. 17. Juni 1963 Um 18 Uhr betritt die 25-jährige Angestellte Waltraud Engelmeier den Zuschauraum des Ohne-Pause-Kinos am Graben. Noch während sie ihren Platz aufsuchen will, verspürt die junge Frau plötzlich einen heftigen Schlag in der Hüftgegend. Erst als Waltraud Engelmeier sich niedersetzt, merkt sie, dass sie an der Hüfte blutet. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, wo man eine fast zwei Zentimeter tiefe Stichwunde in der Nierengegend fährt. In der Augustiner Kirche wird die 22-jährige amerikanische Studentin Virginia Kieffo von einem Mann angefallen und durch fünf Messerstiche schwer verletzt. 2. August 1963 Am Abend dieses Sommertages sitzt die 41-jährige Trafikantin Maria Brunner im Stadtpark auf einer Bank in der Nähe des Johann Strauß-Denkmals. Plötzlich verspürt sie einen starken Schlag im Nacken. Da sie in ihrer Umgebung niemand bemerkt, vermutet sie zunächst, irgendwelche Lausbuben hätten vielleicht mit Steinen geworfen. Kurz darauf kommt an der Bank eine Spaziergängerin vorbei und sagt, um Gottes Willen, sie bluten ja im Nacken. Diese Frau zeigt auch den vermutlichen Täter, einen jungen Mann, der nicht weit von den zwei Frauen dem Ausgang zugeht. Auch andere Besucher des Stadtparks sehen diesen Mann, doch niemand verfolgt ihn oder versucht einen Polizisten herbeizuholen. Bei der verletzten Trafikantin wurde im Nacken eine 17 cm lange Schnittwunde festgestellt. Das Sicherheitsbüro steht vor einem Rätsel. Innerhalb von sechs Wochen werden in der Wiener Innenstadt und an keineswegs menschenleeren Plätzen drei Messerattentate auf Frauen verübt und immer gelingt es dem Täter unerkannt und unbehelligt zu entkommen. Zwar liegt durch die Aussagen der amerikanischen Studentin und einiger Stadtparkbesucher eine ungefähre Personenbeschreibung des Messerstechers vor. Es soll sich bei ihm um einen jüngeren Mann handeln, dessen markantestes Merkmal – und hierin stimmen alle Zeugen überein – sein nettes Aussehen sein soll. Der Polizei ist damit nicht viel geholfen, schließlich gibt es in Wien einige tausend nett aussehende junge Männer. Die Mordkommission beschäftigt jetzt vor allem die Frage, was ist dieser Unbekannte für ein Mensch? Um einen Räuber dürfte es sich wohl kaum handeln, hatte er doch keinem seiner Opfer etwas weggenommen. Sein Verhalten lässt er auf einen wahnsinnigen oder einen Triebtäter, vielleicht auch auf einen pathologischen Frauenhasser schließen. Am 6. August betritt die 64-jährige Hausfrau Emma Lasch den Flur ihres Wohnhauses Tuchlauben III. Sie öffnet ihre Handtasche. Wo habe ich denn da das Schlüssel zu meinem Lift? Ich weiß nicht. Geht her! Oder? Bauer Joseph! Halt doch die Papen! Alte Funzen! Wulfe! Ich wollte das schon nix. Was hat er denn da hingeschmissen? Eine Gabel? Wart du, Falot! Ich komm da! Hilfe! 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 Auffää! Aufweiten! Hilfe! Auffää! Auffää! Was geschehen? Auffää! An Wachmann geholt! Polizei, Polizei gschwink! An Wachmann. Puffää! So! Da ins Nachbarhaus ist ein Leiter Paulot der Miserabische. Ausrauben hätt er mich wollen! Bitte! Holts doch die Polizei! Holts doch grad an Wachmann! Raus! I blutniert am Haus! Achja. Achja. Tatsächlich. Jetzt spür ich's erst richtig. Der hat mich ja gestochen mit einer Gabel. Was ist mit einer Gabel? Ja, kommt denn noch nicht bald, der Wachtmann. Sehen Sie, da in dem Haus muss der Kerl drin sein. Gerade hab ich mal Neubischen gesehen. Ja, dann komm hoch! Meine Herrschaft, den Platz mal hin! Geht's doch weiter! Geht's doch weiter, meine Herrschaften! Ja, heilig bitte, Ruhe, meine Herrschaften! Geht's doch weiter, bitte! Gottlob, dass Sie da sind, Herr Inspektor! Also, was ist los? Wer hat mir gesagt, der Mord? Wer sagt, der Mord ist? Überfallen bin ich worden! Gestochen hat er mich! Mit einer Gabel, Inspektor? Ja, genau! Wer? Wer, wer, der da im Haus drin ist? Ich bitte, Herr Inspektor, arretieren Sie ihn, den Weichelmörder! Ich werde das Haus sofort da gesuchen! Also, das ist ja geäulerhand, am helllichsten Tag! Ja, also, mitten im Zentrum! Also, sowas hätt's früher nicht gegeben! Unglaublich! Ich seines Lebens nimmer sicher! Sehen wir Ihnen, über Ihnen! Jetzt ist es halt früher, sonst hätten wir ja nichts! Stellen Sie Ihnen vor, grad will ich den Schlüssel für den Lift aus meiner Handtasche nehmen! Plötzlich hält mir wer von hinten den Mund zu! Im Hals spür ich sowas wie einen Stich! Was? Mit aller Kraft reiß ich mich aber los! Trau mich um! Steht doch da einer vor mir in der Hand eine Gabel und zischt! Gell, der Herr! Was? Mit einer Gabel? Hallo! Aber dann fang ich auch schon zum Schreien an! Hilfe! Hilfe! Naja, da sind wir ja gekommen! Wir dürfen die Gabel am Boden und rennt bei der Haustier raus! Ich nix wie in der 300 Grad hab ich's noch gesehen, wie er da in das Haus verschwind! Aber da vor der Haustier bleib ich jetzt postiert, bis der Wachmann den Verbrücher den Elendigen empfängt hat! Gut! Respekt! Eine resolute Dame! So viel Courage hätte ich nicht gehabt! Ich freu mir! Wann ich auch schon 65 bin! Was? 65? Gut bei euch! Respekt! Jetzt bringt er's! Jetzt hat er's! Das ist er! Also bitte, meine Frau! Ist das der Mann, der was sie attackiert hat? Tönt's den Kopf in Tee! Ist also richtig drin gewesen in dem Haus! Na, also! Wo haben Sie denn aufgestöbert, Herr Inspektor? Draben, im dritten Stock, hinter einem Mauervorsprung! Atoscha! Aber jetzt bitte, meine Frau! Ist er's! Verstecken! Was denn? Natürlich ist er's! Sind Sie wirklich auch ganz sicher? Wenn ich Ihnen sag, Herr Inspektor! Fast nicht zum Glauben! Dabei schaut der Mensch doch so nett aus! Ja, so nett ausschauen kommt sie nachgekommen! So hat der Herr recht! Herr Inspektor! Ja, meine Frau! Es ist nur wegen dem Pullover! Was hat sie jetzt? Was denn für ein Pullover? Ja, also eigentlich möchte ich beinahe darauf schwören, dass der, was mich überfallen hat, einen schwarzen Pullover angehackt hat! Nein, Entspektor! Der hat doch keinen Pullover angehackt! Jetzt haut sie ihn noch um! Was? Sehen Sie vielleicht auch mir einen Pullover? Ich hab nämlich gar keinen! Ha! Oder einen schwarzen schon gar nicht! Sehen Sie werden's nicht frech! Ja! Der wacht weh! Ich sag die Frau, schauen Sie den Menschen noch einmal ganz genau an! Bitte! Gleich schauen wir ihn auf alle Fälle! Wie aus dem Gesicht grüßen! Ach, na bitte! Vielleicht der Herr Zwillingsbruder! Na, halt der Pullover. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Ah, da hören Sie es ja selber, Herr Inspektor. Die Dame ist sich unsicher. Eine Verwechslung. Alles dann, haben Sie vielleicht die Güte und nehmen Sie mir die Haftln da oben. Ist ganz schön freig, ist der. Aber wieso vielleicht ist das für die Tür drin? Sehr unangenehm für ihn erwerden, wenn Sie mich da wie einen Verbrecher behandeln. Seh, ja, nicht redetent werden, ja? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Heißen soll ich mich vielleicht vorstellen. Papiere, Ausweis. Zu Büchern. Was, der hat ja nicht mal einen Ausweis dabei. Haben Sie nicht mal Ihren Ausweis dabei? Nein, aber ich habe immer. Ich habe immer einen Ausweis dabei. Herr Inspektor, ich muss Sie ebenfalls bitten, mit aufs Kommissariat zu kommen. Ihre Aussage muss protokolliert werden. Versteht Sie, dass ich mitgehe? Zuerst hole ich aber nur die Gabel aus unserem Haus. Das möchte doch ein Dings, ein Corpus Delicti sein. Weil er will doch damit am Hals gestochen. Wenn die Finger abdrücken, wenn die Finger abdrücken. Herr Inspektor, die Dame muss krank sein. Die hat Fieber. Die fantasiert, ja. Aber warte, ich werde jetzt aber gleich... Tun Sie den Mund halten. Geht weg da aus der Bugnergasse und kommt gerade der Streifenwurm. Sie werden schwärren mit dem. Wir können uns gleich aufs Kommissariat mitnehmen. Also, vorwärts, Borschau. Auf jeden Fall. Meistern. Forma, Ergmund. Auf dem Kommissariat gibt der Festgenommene nach langem Zureden endlich an, dass er Josef Weinwurm heißt, 1930 in Niederösterreich geboren und von Beruf Verkäufer ist. Den Überfall auf die alte Dame leugnet er rundweg ab. Polizisten durchsuchen nun das Haus, in das Weinwurm geflüchtet war. In einem Abfallkübel entdecken sie einen schwarzen Pullover. Weinwurm muss diesen Pullover überziehen und wird in dieser Adjustierung Frau Lasch noch einmal gegenübergestellt. Mit absoluter Sicherheit erkennt sie jetzt in ihm den Mann, der sie überfallen hatte. Weinwurm wird daraufhin sofort dem Sicherheitsbüro überstellt. Sie, Weinwurm, ich frage Sie jetzt noch einmal. Geben Sie zu, gestern Nachmittag im Haus Durchladen Nr. 3 die 64-jährige Hausfrau Emmerlasch in räuberischer Absicht überfallen und am Hals mit einer Gabel verletzt zu haben? Herr Kommissär, Sie fragen mich allebei wieder das Gleiche. Also muss ich Ihnen auch allebei wieder die gleiche Antwort geben. Gar nichts, gebe ich zu. Das sagen Sie mir jetzt schon seit etlichen Stunden. Trotzdem möchte mich halt so manches interessieren. Zum Beispiel diese Gabel da. Eigentlich ist das ja mehr ein Kuchengaberl. Wo haben Sie denn das her? Erwarten Sie von mir eine Antwort, Herr Kommissär? Nicht unbedingt, Herr Weinwurm. Wir wissen es ja eh bereits, dass Sie dieses Gabel gestern in ein Kaffeehaus im 2. Bezirk mitgenommen lassen. Es kostet mich grad einen Lacher, Herr Kommissär. Ja bitte, lachen Sie ruhig. Doch der schwarze Pullover da, der gehört auch Ihnen. Nicht wahr? Was behaupten Sie, Herr Kommissär? Gehen Sie Weinwurm, sind Sie doch gescheit. Die Frau Lasch hat Ihnen einwandfrei identifiziert. Da liegt der Pullover, da das Gabel. Jetzt geben Sie doch halt schon endlich zu, den Überfall begangen zu haben. Herr Kommissär, sparen Sie Ihnen das schon mehr. Mit der weichen Tür geht bei mir nichts. Sie vertun nur innere Zeit. Von jetzt abrede ich überhaupt nichts mehr. Die Kriminalisten vermuten aufgrund gewisser Ähnlichkeiten in der Art, wie die Überfälle im OP-Kino, in der Augustinerkirche und im Stadtpark verübt wurden, dass Weinwurm auch diese Straftaten begangen haben könnte. Zwei Tage nach seiner Festnahme versucht das Sicherheitsbüro durch eine Konfrontation mit Augenzeugen Weinwurm der Täterschaft zu überführen. Aus einer Gruppe von Polizeibeamten, alle in ähnlicher Zivilkleidung, sollen diese Zeugen den Messerstecher herausfinden. Als erste betritt die amerikanische Studentin den Raum. Langsam, jeden einzelnen genau betrachtend, geht sie an den Männern vorbei. Im Büro des Polizeirats gibt sie zu Protokoll. Der Zweite von rechts ist es. Ich erkenne ihn ganz sicher wieder. Ich weiß nicht, ob er damals auch so angezogen war, aber es gibt keinen Zweifel. Er ist der Mann, der mich in der Augustinerkirche überfallen hat. Die Polizisten nehmen nun mit Weinwurm eine andere Gruppierung ein. Dann wird die Trafikantin hereingeführt, die im Stadtpark einen Stich in den Nacken erhalten hatte. Eingehend mustert sie die ihr gezeigten Männer, dann sagt sie Der dritte Mann von links. Das ist er. Zwei weitere Zeugen agnostieren Weinwurm ebenfalls als den Messerstecher vom Stadtpark. Endlich werden die sieben Männer noch der jungen Bankbeamtin gezeigt, die am 17. Juni im OP-Kino durch einen Stich in die Nierengegend verletzt wurde. Sie gibt zu Protokoll. Vielleicht ist es der Mann, auf den ich gezeigt habe. Allerdings kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil es im Kinosaal damals dunkel gewesen ist. Abgesehen von der verständlichen Unsicherheit der letzten Zeugin, ergab die Konfrontation ein eindeutiges Ergebnis. Josef Weinwurm ist so gut wie überführt. Doch Weinwurm sagt Was heißt überführt? Habe ich was zugegeben? Sie bleiben also dabei, die ihnen angelasteten Überfälle nicht begangen zu haben. Herr Kommissär, wie oft wollen Sie mich eigentlich noch danach fragen? Wir haben Zeit. Unendlich viel Zeit. Und eine himmlische Geduld. Aber merken Sie nun Weinwurm, auch die längste Geduld hat einmal ein Ende. Und wenn es sein muss, können wir einen anderen Ton miteinander reden. Also dann raus mit der Sprache jetzt. Waren Sie am 17. Juni ohne Pause können? Waren Sie am 30. Juli in der Augustinakirchen? Waren Sie am 2. August im Stadtpark? Was Sie nicht alles wissen möchten? Na jetzt brauchen Sie grad noch behaupten, dass Sie vorgestern auch nicht den Raubüberfall auf die Frau Lasch verübt haben. Was? Ja Gott, sehr fix. Das ist schon gefälligst den Ton. Wenn ich wirklich was gemacht haben soll, kann ich mich überhaupt nicht drauf erinnern. Ich leide nämlich zeitweilig unter Bewusstseinsstörungen. Ach da, schau her. Bewusstseinsstörungen. Na aber so gestört wird das werte Bewusstsein ja nicht sein, dass sie uns nicht verraten könnten, wo sie das letzte halbe Jahr logiert haben. Logiert. Logiert. Ja, logiert. Irgendwo halt. Bei einer Freundin. Bei einer Freundin. Aha. Und wer ist das? Wo wohnt die Dame? Sucht ihr euch doch selber. Für was habt ihr denn eure Kieberer? Jetzt reicht's mir aber langsam, Weinwurm. Ich frag' Ihnen noch einmal im Guten. Wo haben Sie das letzte halbe Jahr einen Unterstand gefunden? Herr Kommissär, selbst wenn Sie mich zwei Jahre Tag für Tag dann nachfragen. Von mir her vorhin nix. Im Sicherheitsbüro bringt man Weinwurm jetzt auch mit dem Opernmord in Verbindung. Ein Polizeifoto von ihm wird in der Presse veröffentlicht und es wird gefragt, wer hat diesen Mann damals gesehen? Die Mordkommission erhält daraufhin zwei Hinweise, die den Verdacht, bei Weinwurm könne es sich um den Opernmörder handeln, erheblich verstärken. Die Frau eines Beamten aus dem Arbeitshaus Göllersdorf gibt an, Weinwurm, der nach Verbüßung einer Kerkerstrafe wegen eines Sexualverbrechens und Zuhälterei ins Arbeitshaus eingewiesen wurde, komme für den Opernmord am 12. März 1963 möglicherweise in Betracht, weil er wenige Tage vorher, nämlich am 5. März, aus dem Arbeitshaus entlassen worden sei. Von weit größerem Gewicht ist die Mitteilung eines Aufsehers aus dem gleichen Arbeitshaus. Er gibt an, dass Weinwurm bei seiner Entlassung zwei Messer bei sich hatte. Eines davon habe große Ähnlichkeit mit der Tatwaffe aufgewiesen, mit der Dagmar Furich ermordet wurde. Nun beginnt man sich eingehend mit dem Vorleben des Josef Weinwurm zu beschäftigen. Durch Studium der alten Gerichtsakten versucht man ein konkretes Bild von der Person dieses Mannes zu gewinnen. Sollte es sich bei ihm tatsächlich um den Mörder der Ballettschülerin Dagmar Furich handeln, darf nach kriminalistischer Erfahrung angenommen werden, dass dieser Mord nicht sein erstes Verbrechen aus sexuellen Motiven gewesen ist. Im Strafregister Weinwurms finden sich, abgesehen von zahlreichen Eintragungen über Einschleich-, Gelegenheits- und Gewohnheitsdiebstahl, zwei Straftaten, die die Beamten der Mordkommission stutzen lassen. Der noch nicht ganz 17 Jahre alte Josef Weinwurm versuchte 1947 unter Bedrohung mit einer Pistole ein Schulmädchen zu zwingen, sich vor ihm auszuziehen. Nach seiner Festnahme erklärte er, er habe nur etwas sehen wollen. Die Mordkommission sieht in diesem Sexualattentat eine gewisse Parallele zu dem Sexualverbrechen an Dagmar Furich. Frappierende Ähnlichkeit mit dem Überfall auf die Hausfrau Emma Lasch weist ein anderes Verbrechen auf. Im Oktober 1949 versuchte Weinwurm eine Frau zu berauben, wobei er ihr eine Papierschere an die Brust setzte. Auf ihre Hilferufe flüchtete er, konnte jedoch im oberen Stockwerk eines Nachbarhauses festgenommen werden. Weinwurm wird wegen dieser Straftaten vor Gericht gestellt und zu jedem einzelnen Fall von einem Gerichtspsychiater untersucht. Doch die Problematik solcher Untersuchungen zeigt sich wieder einmal nur zu deutlich. Im Gutachten bezüglich des Sexualanschlages auf das Schulmädchen heißt es, Bei Weinwurm handelt es sich um eine psychopathische Persönlichkeit an der Grenze zur Psychose. Von einer Geisteskrankheit kann jedoch nicht die Rede sein. Aufgrund dieses Gutachtens wird Weinwurm verurteilt, die Strafe allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Nach dem Raubüberfall mit der Papierschere wird er neuerdings von einem Psychiater getestet, dessen Gutachten aber dem früheren vollkommen widerspricht. Es lautet, Der Beschuldigte ist in die Kategorie der Schizophrenen einzuordnen. Er ist als geisteskrank zu betrachten und als gemeingefährlich in einer geschlossenen Heilanstalt für Geisteskranke zu internieren. Weinwurm wird daraufhin im April 1949 in die Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof eingewiesen. Schon ein Jahr später wird er nach einem Gerichtsbeschluss als nicht mehr anstaltsbedürftig wieder entlassen. Fast zwangsläufig ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage, Wenn Weinwurm laut ersten Gutachten als geistig gesund anzusehen war, warum hat man ihn dann ein Jahr lang in einem Irrenhaus festgehalten? War er aber, wie das zweite Gutachten attestiert, geisteskrank und sogar gemeingefährlich, Warum hat man ihn dann wieder herausgelassen? Seit zwölf Tagen wird Weinwurm fast pausenlos von Beamten der Mordkommission verhört. Noch immer hüllt er sich in Schweigen. Doch eine gewisse Müdigkeit ist jetzt unverkennbar. Herr Oberkommissär! Guten Morgen, Herr Kollege! Herr Oberkommissär, Moment halt bitte! Das wird Ihnen interessieren, der Weinwurm. Also es macht jetzt ganz den Anschein, der wird jetzt allmählich weich. Aber! Da hat er einen entgegen. Nein, nein, nicht das, was Sie meinen. Über den Opernmord soll ich auf Anweisung vom Chef mit ihm vorerst noch nicht gesprochen werden. Na, versteht sich. Sonst kommt er uns wahrscheinlich wieder mit seinen Bewusstseinsstörungen. Naja, und jetzt stellen Sie ihn vor, plötzlich und ganz von selber, ich habe ihn weiß Gott nicht drauf angesprochen, bietet er für den 12. März ein Alibi an. Ausgerechnet für den Tag, wo in der Oper der Mord passiert ist? Hä, denn wir ihn bis jetzt aber noch gar nicht vorgehalten haben. Nun, das ist allerdings sonderbar. Nun, was hat er... Nein, nein, er behauptet, dass er am 12. März über Salzburg nach München gefahren wäre, wo er sich dann einige Zeit lang aufgehalten hätte. Möchte er also glauben machen, dass er am fraglichen Tag gar nicht in Wien gewesen ist? Mhm. Und das alles so aus freien Stücken? Das macht halt die Geschichte ein bisschen arg verdächtig. Na eh, werden wir ja sehen, was nach Überprüfung von diesem Alibi noch übrig bleibt. Wenn das Alibi stimmt, dann müsste der Weinwurm auf alle Fälle mit einem der beiden Nachmittagszüge nach Salzburg gefahren sein. Er hätte also zur Tat seit um 17 Uhr gar nicht mehr in Wien sein können und wäre dann als Täter für den Opernmord außer Obligo. Und wenn er aber mit dem Wiener Walzer gefahren ist, Herr Polizeirat, der geht erst um 20 Uhr. Ich weiß, Herr Kollege, wenn das der Fall sein sollte, dann... Das müsste man ihm halt nachweisen können, dass er erst mit dem Wiener Walzer... Ja, bitte, wir müssen die Zügel warten. Herr Herr, was ist das? Ja, das ist eine ganz wichtige Sache mit der Salzburg-Reise. Und der fährt nach München noch einmal einvernommen. Jetzt behauptet er auf einmal, die Weiterreise nach München hätte erst am nächsten Tag antreten können, weil er in Salzburg keinen Grenzübertrittschein mehr gekriegt hat. Na, wieso denn das? Die Passstelle im Salzburger Hauptbahnhof macht doch bis 23 Uhr Dienst. Sicher, das ist doch klar. Moment, Alter. Ich glaub, jetzt hat er sich da rennt, der Weinwurm-Päppi. Ist er also da mit dem Wiener Walzer gefahren und der kommt ja erst fünf Minuten vor Mitternacht nach Salzburg. Na, dann hat er freilich keinen Grenzschirm mehr gekriegt. Na, was? Das möchte also bedeuten, der Weinwurm ist um 17 Uhr noch in Wien gewesen. Die Ermittlungen ergaben, dass Weinwurm am 12. März kurz vor 24 Uhr in einem Salzburger Hotel ein Zimmer genommen hatte. Die Salzburg-Reise als Alibi war zusammengebrochen. Der Kuriosität halber sei angemerkt, dass Weinwurm während der Tage, in denen er sich in München aufgehalten hatte, von der Schauspielerin Luise Martini 15 Mark, von deren Kollegin Evie Kent 20 und von dem Schauspieler Rolf Wanker 5 Mark herauszulocken verstand. Vermutlich hatte er sich dabei als ein in Not geratener Landsmann ausgegeben. Im Sicherheitsbüro wird Weinwurm von den Beamten betreff seiner Ankunft in Salzburg immer wieder in die Zange genommen. Nach vier Tagen Bedenkzeit gibt er zu. Ja, ich bin am 12. März erst um Mitternacht in Salzburg gewesen. Mehr weiß ich nicht. Und weiter sagt er. Schickt mir den Kibra, der mich das allererste Mal einvernommen hat. Der hat menschlich mit mir geredet, zu dem hab ich ja vertraut. Der soll kommen, ich hab ihm was zu sagen. Zehn Minuten später sitzt Weinwurm diesem Kriminalbeamten gegenüber. Sie haben nach mir verlangt, Weinwurm? Haben Sie mir was zu sagen? Aber sag ich nur Ihnen, Herr Kommissär. Schön. Also, reden Sie. Machen wir's kurz. Ich bin der Opernmörder. Hm. Sie geben es also zu. Gut. Und jetzt erzählen's. Angefangen hat's eigentlich an einem Freitag. Freitag der 8. März war's. Da hat das begonnen, was ich heute als menschliche Tragödie bezeichnen möchte. Nämlich meine eigene. Tragödie? Was wollen Sie denn damit sagen? An diesem Tag hab ich mich zum ersten Mal im Gebäude von der Staatsoper aufgeholt. Und beim Portier bin ich ohne weiteres vorbeigekommen. Fast zwei Stunden bin ich im Haus herumgegangen. Begegnet ist mir kaum wer. In einem Seitengang vom zweiten Stock hab ich dann hinter einer Tür Wasser rauschen gehört. Frauen haben sich drin unterhalten. Und da hab ich überhaupt erst gesehen, dass auf der Tür gestanden ist, Duschraum für Damen. Also, hab ich halt durchs Schlüsselloch gelort. Eine nackte Frau hab ich gesehen. Sie hat sich grad abgedrucknet. Ich bin wieder weitergegangen, hab das Opernhaus verlassen. Aber da ist auf einmal wieder ganz plötzlich der Hass da gewesen. Dieser wahnsinnige Frauenhass, was mich in gewissen Situationen immer wieder bockt. Frauenhass? Wie kommen Sie denn auf sowas? Es ist eine lange Geschichte, Herr Kommissär. Im 40er-Jahr. Ich bin damals in einem Hort gewesen. Die kinderfreien Torte haben mich derartig ungerecht behandelt. Und da hab ich ihn zum ersten Mal gespürt. Diesen Hass. Aber da waren Sie doch erst zehn Jahre alt. Na und? Wie Sie dann erwachsen waren, wie ist denn da Ihr Verhältnis zu Frauen gewesen? Offen gesagt, Herr Kommissär, eigentlich hab ich zu Frauen nie so sein können, wie es normal sein möchte. Ich hab mich auch nie so richtig verlieren können. Und so ist der Hass auf die Weiber halt immer größer geworden. Na ja, das ist ja eigentlich mehr was für einen Psychiater. Aber jetzt erzählen Sie weiter. Na ein paar Tage hab ich mich wieder stundenlang ums Opernhaus herumgetrieben. Nix wie die nackte Frau im Kopf. Am 12. März hab ich mich dann wieder ins Opernhaus reingeschlichen. Haben Sie da eine bestimmte Absicht verfolgt? Ehrlich, Herr Kommissär. Ich hab ganz einfach irgendeine Frau niederstechen wollen. Niederstechen? Ja, warum denn? Warum? Weil ich mich beim Stechen abreagier. Mhm. Weiter. In einem Seitentrag bin ich über die Stiegen rauf. Und zwischen dem zweiten und dritten Stock bin ich eine Weile auf der Treppe gestanden und hab gepasst, bis eine Frau daherkommt. Das fixieren müssen hab ich ganz offen mit der Hand gehabt. Hätte es jeder sehen können. Aber ich hab umsonst gewartet. Und darum bin ich jetzt rauf bis zum vierten Stock, wo die Ballettschule ist. Und da hab ich eine Mädel gesehen. Na ja, so 16 Jahre alt. Die ist über den Gang zum Abort gegangen. Ich bin ihr nachgeschlichen. Da ist plötzlich ein Mann in einem Arbeitskittel die Stiegen raufgekommen. Und da bin ich wieder umgekehrt und zum zweiten Stock runter. Haben Sie dabei immer das Messie in der Hand gehabt? Ach, da nicht mehr. Das hab ich jetzt in der Manteltasche gehabt. Und im zweiten Stock, was war? Mein Gott, ich bin halt wieder auf der Pass gelegen. Immer noch auf eine Frau? Ja. Aber plötzlich hab ich von unten her Kinderstimmen gehört. Da hab ich mich in eine Wand nischen gedrückt, bis die Madeln an mir vorbei gewesen sind. Aber dann ist noch ein Mädel gekommen. Allein. Wo willst denn du hin, Kinderl? In der vierten Stock, bitte. In die Ballettschule. In die Ballettschule? Die Ballettstunde, die findet heute ausnahmsweise woanders statt. Ja, wo denn bitte? Na, komm nur mit mir. Ich zeig das schon. Dankeschön. Ja, wir werden es schon miteinander finden. Weißt? So. Da drinnen ist heute die Ballettstunde. Ja, komm nur rein. Aber wo sind denn die anderen Kinder? Na, die werden drei kommen. Darf ich bitte meinen Mantel dort aufhängen? Ja, freilich. Und deine Handtasche, das kannst du auf die Bank legen. Ziehen Sie bitte auch vom Ballett? Ja, nein. Ist grad nicht. Weißt, ich bin der Doktor. Bist du überhaupt schon untersucht worden? Nein, bitte. Ja, dann zieh die nur gleich einmal aus. Ausziehen? Ja, ja, mach schon. Auch die Strumpfhosen. Nein, bitte. Nein, bitte. Ich möchte fort. Ich möchte fort. Ja, und weil sie jetzt um Höfe geschrien hat, habe ich sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sie ist durch den ganzen Raum geflogen. Und weil sie immer noch geschrien hat, habe ich sie beim Hals gepackt. In mir ist wieder einmal dieser Hass, dieser furchtbare Hass hochgestiegen. Auf einmal war halt das Messer in meiner Hand. Lern Sie auf! Verschonen Sie mich gefälligst mit diesen grabenvollen Einzelheiten. Es muss ja sowieso dann alles protokolliert werden. So gehe nichts mehr. Sie reden immer von Ihrem furchtbaren Frauenhass. Aber in der zwölfjährigen Dagmar Furich können Sie doch bei Gott keine Frau gesehen haben. Dieses unschuldige Kind können Sie doch nicht gehasst haben. Darauf weiß ich keine Antwort, Herr Kommissar. Sagen Sie, vor einigen Jahren hat man Sie doch zweimal psychiatrisch untersucht. Sie sind ja auch auf ein Jahr in einer Heilanstalt gewesen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Sie 1953, wo Sie wieder einmal straffällig worden sind, neuerdings psychiatriert wurden. In dem erstellten Gutachten heißt es, für eine Geisteskrankheit liegt nicht der geringste Anhaltspunkt vor. Es handelt sich bei Weinwurm einfach um einen Kriminellen. Ich selber habe ja nie behauptet, dass ich geisteskrank bin. Und da gibt es halt immer wieder Zeiten, wo ich die Kontrolle über mich verliere. Sonst... Sonst bin ich wie jeder andere Mensch. Wie jeder andere Mensch. Sonderbar. Ihre Eltern, Ihre Geschwister, alles achbare Leid. Doch lassen wir das. Ich will Ihnen jetzt doch nicht mit der abgedroschenen Phrase kommen, ob Sie Ihre Tat bereuen. Nur eins möchte ich gern wissen. Wenn man Sie jetzt aus der Haft entlassen täte, täten Sie wieder solche Taten begehen? Ja. Aber Schuld sind dann die, die mich rauslassen. Am 6. April 1964 findet der Strafprozess gegen Josef Weinwurm, den sogenannten Opernmörder, statt. Das psychiatrische Gutachten von zwei Wiener Experten erarbeitet und in vierstündiger Rede dem Gericht vorgetragen, kommt zu folgendem Resümee. Es konnte kein Hinweis dafür gefunden werden, dass der Angeklagte an einer Geisteskrankheit leidet. Aufgrund eingehender Untersuchungen handelt es sich bei ihm um eine abwegige Persönlichkeit, einem Psychopathen, der voll verantwortlich ist. Sein angeblicher Frauenhass mag wohl vorhanden sein, kann aber sein Wollen nicht so stark beeinflusst haben, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Am 10. April wird das Urteil verkündet. Es lautet Dunkelhaft an jedem 12. März, 17. Juni, 30. Juli und 2. August. Schuld sind dann die, die mich herauslassen. Über diesen Satz sollte man vielleicht nachdenken. Der Mord im Opernhaus Nachgezeichnet von Karl Bugner Die Personen und ihre Darsteller waren Josef Weinwurm, Gustl Weishappel Der Polizeirat, Alfred Schwetz Erster Kommissär, Walter Schmiedinger Zweiter Kommissär, Willi Berling Dritter Kommissär, Egbert Greifeneder Frau Lasch, Elisabeth Neumann Viertel Ein Wachmann, Karl Renard Erste Friseuse, Ursula Grihuber Zweite Friseuse, Sylvia Weiss Ein Kind, Frone Hintringer Ferner wirkten mit Inge Cornelius, Jovita Dermota Harry Kuppetz, Alexander Malachowski Karl Scheitler, Roman Wojta und Oskar Weber Erster Zitator Georg Kostja Zweiter Zitator Rolf Illich Der Sprecher war Rüdiger Barr Ton und Technik Günter Hildebrand und Irene Thielmann Assistent Alexander Malachowski Musik Josef Strobl Regie Karl Bogner Entschla enterprise 2 3 4